Kinsis ist ein Start-up-Unternehmen, das sich auf die Bereiche künstliche Intelligenz, maschinelle Lernverfahren und mathematische Modellierung spezialisiert hat. Das sind wir. Alexander Jelinek, Wirtschaftsmathematiker mit mehreren Jahren Erfahrung in der Finanz- und Pharmabranche. Dr. Simon Ziegler, Informatiker und Dozent für künstliche Intelligenz. Wir sind Ihr kompetenter Partner in allen Projektphasen, von der Planung über die Entwicklung bis hin zur Wartung von künstlichen, intelligenten Systemen. Durch den Einsatz von modernen maschinellen Lernverfahren im Rahmen der automatischen Bildverarbeitung ist es möglich, komplexe Muster und Strukturen in der medizinischen Bildgebung zu lokalisieren und zu klassifizieren, hier am Beispiel von der Lokalisierung von Zellen. Eine andere Anwendungsmöglichkeit von KI-Systemen haben wir bei der Optimierung des Value-at-Risks umgesetzt. Das Standard-Risikomaß in der Finanzbranche hat bekannte Schwächen, insbesondere hinsichtlich der unrealistischen Verteilungsannahme der Kursentwicklungen, woraus in der Regel eine systematische Unterschätzung des wahren Risikos resultiert. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die ein innovatives mathematisches Modell auf die reellen Kursentwicklungen anpasst, werden diese Schwächen überwunden. Sehen Sie am Beispiel die deutlich genauere Verteilungsfunktion beim optimierten Value-at-Risk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017